Was ist eine ganze Menge? Oh, eine ganze Menge. Ich würde fast sagen, ohne Norma gelingt gar nichts bei der Energiewende. Wir haben das ja heute Morgen gelernt. Es geht im Prinzip um Konnektivität und Kompatibilität von Systemkomponenten, die letztendlich in komplexen Systemen zusammenarbeiten müssen. Und das funktioniert nur mit definierten Schnittstellen. Wir können neue Technologien so weit standardisieren, dass sie problemlos in den Markt eingeführt werden können. Weil letztendlich geht es ja bei der Energiewende und auch bei der Energieversorgung auch um Sicherheit. Nicht nur Sicherheit im elektrischen Bezug, sondern auch um Versorgungssicherheit beispielsweise. Und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass Innovationen in ein solches stabiles System eingeführt werden, ohne das Gesamtsystem zu gefährden. Das wäre natürlich fatal, wenn wir neue innovative Komponenten in so ein System integrieren und dabei der Rest des Systems kollabiert. Das wäre fatal. Das heißt also, Normung sorgt auch für Betriebssicherheit beispielsweise. Ja, der Schlüssel ist natürlich, dass wir auf internationaler Ebene einen breiten Konsens finden und dass wir uns nicht allzu sehr auf, ich will mal sagen, auf die technische Infrastruktur verlassen. Letztendlich geht es ja bei der Digitalisierung auch um die Zusammenarbeit zwischen Menschen. Und da ist mein Motto, a fool with a tool is still a fool. Also wir müssen als Menschen miteinander kooperieren und wenn dann die technischen Systeme darunter auch noch uns dabei unterstützen, dann ist es perfekt für die Normung. Was mich persönlich berührt hat, sind eigentlich zwei Aussagen, nämlich dass wir irgendwann mal eine Welt der Maschinen haben werden und dass wir irgendwann mal ein Weltbetriebssystem haben werden, was an sich so ein bisschen scary zu sein scheint. Aber für die Normung ist es ganz klar, wir brauchen, und davon bin ich inzwischen sehr überzeugt, wir brauchen maschinenlesbare und maschineninterpretierbare Normen. So hart wie das klingen mag, die rein menscheninterpretierbare und menschenlesbare Norm ist wahrscheinlich ein Auslaufmodell. Daran muss man sich erstmal gewöhnen an den Gedanken, aber wir müssen uns aufmachen zu neuen Ufern und die sehen eben vor, dass Normen demnächst auch maschineninterpretierbar sein müssen. Also der Innovation Campus ist ein ganz wichtiger Baustein im Kontext der gesamten Normung, weil letztendlich arbeiten Menschen zusammen und wir müssen natürlich darauf achten, dass wir unseren Horizont breit und weit halten, weil nur die Innovationen kommen von außerhalb. Also wir müssen sozusagen von der Innensicht in Richtung Außensicht gehen, wir müssen uns von außen inspirieren lassen mit neuen Ideen, neuen Ansätzen und ich denke, dafür ist der Innovation Campus die ideale Basis.